Viele Menschen fühlen sich von Zeit zu Zeit schwach und minderwertig. Machst du jetzt eine Idee oder was? Als ob das bei dir noch was bringen würde. Also mal raus, ihr Fräulein. Ja, aber flotty. Jetzt kommt eine Wiederholung von meiner Lieblingsserie. Ach ja, Mittwoch. Tough Bone. Rough Town. Wenn sie sich selbst respektieren, werden ihre Mitmenschen ihnen ebenfalls mit Respekt begegnen. Verpiss dich, du Schlampe! Du hast ja nichts zu suchen! In meiner verdammten Stadt... ...gehandelt man eine Lady mit Respekt. Leck mich, Bulle. Setzen Sie der Unterdrückung ein Ende. Fangen Sie heute damit an.